Die Grenzwerte sind allerdings unterschiedlich, also in Deutschland gilt ein Grenzwert für OMTS von 10 Millionen Mikrowatt. Zum Vergleich habe ich Ihnen den Schweizer Grenzwert für den D-Netz, der ist um das 100-fache niedriger. Hier sehen Sie, die Bundesärztekammer hat einen Grenzwert von 1000 gefordert, aber die Empfehlung für den Schlafbereich ist unter 0,1. Nochmal, für OMTS haben Sie 10 Millionen. Und wenn Sie mal gucken, so die Studien, wo die Blut-Hirn-Schranke zum Beispiel aufgeht, sehen Sie das schon bei 1000. Das heißt, da wird die Blut-Hirn-Schranke aufgemacht, es gibt eine neue Studie von 2009, die das nochmal bestätigt hat. Also bei 1000 Mikrowatt geht die Blut-Hirn-Schranke auf. Sie sehen nochmal, der Grenzwert ist bei 10 Millionen. Und wenn Sie die Leistungsfähigkeit eines Handys anschauen, dann sehen Sie, dass bei 0,01 die volle Empfangsanzeige ist am Handy. Bei 0,01 Mikrowatt pro Quadratmeter haben Sie die volle Empfangsanzeige, bei 0,001 haben Sie immer noch ohne Einschränkung ein Handy-Telefonat möglich. Bei 0,001 können Sie mit dem Handy telefonieren, der deutsche Grenzwert für OMTS ist 10 Millionen. Warum ist das so hoch? Ist deswegen so hoch, weil ursprünglich war das Mobilfunknetz eben für Mobilfunk, nämlich im Außenbereich, gedacht. Mittlerweile ist es so, dass ja jeder auch noch im Keller, im Heizungskeller, in Wohnungen, in Häusern Empfang haben muss. Und mittlerweile werden die Häuser ja sehr wärmendämmend gebaut, das heißt dicke Wände, gut abgeschirmt, Thermoverglasung, die metallbedampft sind, da kommt nicht mehr viel Strahlung rein. Und damit da noch Strahlung reinkommt, damit die Mauern durchdrungen werden, müssen Sie im Außenbereich so hohe Strahlenwerte haben, damit Sie auch ins Haus reinkommen. Oder auch durch mehrere Häuser noch durchstrahlen kommen. Also in der Regel werden mehrere Häuser durchstrahlt, ungefähr 10 Häuser können Sie durchstrahlen, dass Sie in dem 11. Haus noch Empfang haben. Das war vom Dr. Schorb, das ist vielleicht noch interessant, wenn Sie das jetzt vergleichen, also die Mikrowellenstrahlen, da haben Sie kein Sinnesorgan dafür. Höchstens, Sie sind elektrosensibel, wie der Ulrich Weiner, der jetzt leider nicht gekommen ist. Sie haben kein Sinnesorgan, Sie können die Strahlung nicht riechen, nicht hören, nicht schmecken, gar nichts. Und wenn man jetzt aber diese Leistungsdichten vergleicht, also den deutschen Grenzwert für Dauerexpositionen mit 10 Millionen, das ist hier, wenn man das jetzt vergleicht mit hörbarem Schall, ist auch eine Welle, dann wäre das die Schmerzgrenze vom Gehör her, weil da haben Sie ein Sinnesorgan. Das wäre ein Düsenflugzeug, wo voll startet. Und wenn Sie jetzt praktisch nochmal den Grenzwert von Italien, das ist ein hundertfach geringer, wie der deutsche Grenzwert für UMTS machen, dann haben Sie die Lautstärke einer Gasdruckwand fahre und das ist ungefähr so. Das machen wir mal, die Ohren zuhören bitte. Das ist hundertmal geringer von der Leistung her, von der Leistungsflussdichte her, wie das, was in Deutschland zugelassen ist. Und wenn Sie noch weiter runtergehen hier, die Forderung für Baubiologen innen, das wäre eben unter 0,1. Das ist hundertmal, also das hundertfache davon für den Außenbereich, das wäre ein Mikrowatt. Der deutsche Grenzwert ist über 10 Millionen, das wäre im Schallbereich noch ein Staubsauger. Jetzt überlegen Sie, Sie haben schon mal diese paradiesischen Zustände, nämlich ein Mikrowatt. Das würde man sagen, 95% der deutschen oder der Schweizer Bevölkerung haben diesen Wert nicht mehr im Außenbereich, sondern deutlich höher. Das wäre praktisch so, wie wenn dauernd ein Staubsauger laufen würde, 24 Stunden am Tag, 7 Tage pro Woche. Ja, so zum Sagen, ja. Okay, wie sah es in der DDR aus? Hier sind die technischen Leitlinien in Arbeitsschutz von 1988. Da durfte praktisch ein Arbeiter maximal 12 Minuten sich aufhalten in dem Wert von 10 Millionen. Also das heißt, die durften maximal 12 Minuten drin sein beim deutschen Grenzwert. Für ein Jahr. Beispiel Asbest, die Grenzwerte. Bei Asbestose war es schon 1900 bekannt, verboten wurde es erst 1995 und trotzdem nehmen die Asbest-Lungenkrebse immer noch zu, obwohl seit 1995 verboten sind, weil die Latenzzeit nämlich so lang ist, nämlich 10 bis 40 Jahre. Das heißt, sie fliegen nicht sofort tot um, wenn sie Asbest inhaliert haben, sondern vielleicht erst nach 40 Jahren. Und interessanterweise sind so die Grenzwerte auch. Im Jahre 1973 war es zulässig, 3 Millionen Fasern pro Kubikmeter Luft zu haben. Und das hat sie dann reduziert. Und wenn sie hier zum Beispiel krank geworden sind, in einem Arbeitsumfeld, wo vielleicht 250.000 hatte, dann wurde das nicht als berufsbedingt anerkannt, wenn sie einen Lungenkrebs hatten. Aber mittlerweile ist es so, dass die WHO empfiehlt, dass nur noch maximal 200 Fasern pro Kubikmeter Luft drin sein dürfen. Jetzt die gentoxische Wirkung von Mobifunk. Sie sehen hier menschliche Zellen, die nicht bestrahlt sind, menschliche Zellen, die mit Gamma-Strahlung, also radioaktiver Strahlung, bestrahlt sind. Und hier sehen Sie Zellen, die mit Mobifunk bestrahlt wurden. Und was Sie hier sehen, so ein Sternenschweif, deswegen heißt es Comet-Essay. Das zeigt an, je größer dieser Sternenschweif hier hinten ist, desto mehr Gene, also Erbsubstanz, ist kaputt gegangen. Und das ist genauso kaputt gegangen bei dem Mobilfunk-Handy. Sehen Sie das? Das heißt, die Genwirkung, die genschädigende Wirkung ist die gleiche wie bei Gamma-Strahlung. Und bei UMTS ist es noch stärker. Da hat man schon ein 41stel des Grenzwertes, findet man DNA-Strangbrüche. Das heißt, dass UMTS-Signale etwa 10 mal wirksamer sind wie ein normaler Mobilfunk. Dann hier, interessant, die Blut-Hirn-Schranke nochmal. Das ist das Rattenhirn. Aber da habe ich einen Film dazu, wenn Sie den noch sehen wollen. Ich muss halt schnell machen, tut mir leid. Aber ich mache es einfach schnell. An deren Nachweis arbeiten Forscher an der Universitätsklinik im schwedischen Lund. Sie bestrahlten lebende Ratten mit einem handelsüblichen Handy. Bei der Hälfte der Tiere mit verheerenden Folgen. Die normalerweise geschlossene Blut-Hirn-Schranke wurde dadurch geöffnet. Im Versuch sickerten Albumin-Eiweiße aus den Blutgefäßen ins Hirn. Die Energie eines Mobiltelefons wird durch dieses Kabel in die Zelle geleitet. Sie strömt durch die komplette Anlage und wird am anderen Ende völlig absorbiert, um Reflektionen zu vermeiden. Dadurch wird die Energie komplett von der Ratte aufgenommen. Durch Ablesen der Ein- und Ausgangswerte können wir sehen, wie viel Energie die Ratte aufnimmt. Nach der Bestrahlung wurden die Tiere getötet. Anschließend sezierten die Wissenschaftler das Gehirn. Zum Vergleich sieht man hier eine unbelastete Ratte, ohne sichtbare Veränderungen am Hirn. Diese hier dagegen wurde für zwei Stunden bestrahlt, und das mit einer Intensität, die gerade einmal einem Tausendstel der Energie an der Antenne entspricht. Hier sieht man die Effekte. Um die Gefäße herum an fast jeder Stelle im Hirn bilden sich diese braunen Flecken. Das ist Albumin, das aus den Gefäßen leckt. Sollten die Ergebnisse auf Menschen übertragbar sein, hätte das auch Konsequenzen für das nähere Umfeld der Handynutzer. Die niedrigen Energiewerte, die am besten geeignet sind, die Bluthirnschranke im Rattenhirn zu öffnen, werden erst in einiger Entfernung von der Antenne aktiv. Wenn Sie hier die Telefonantenne haben, tritt genau 1,80 Meter davon entfernt die Energiedosis auf, die die Bluthirnschranke der Ratte am ehesten aufweicht. In dieser Entfernung sprechen wir vom passiven Mobiltelefonieren, das unter Umständen auch bei anderen Säugetieren außer der Ratte die Bluthirnschranke öffnen könnte. Das haben wir allerdings noch nicht getestet, lediglich Ratten. Was die auch gefunden haben, ist eben, dass schon nach zwei Stunden Telefonat, Mobilfunktelefonat, einige Zellen eben genau in dem Hippocampusbereich abgestorben sind. Ich sage es Ihnen nochmal, es können 80 Prozent der Hirnzellen hier abgestorben sein. Erst dann merken Sie die Alzheimererkrankung. Dann gibt es verschiedene Tierversuche, auch hier von der Universität in Heidelberg. Der sagt hier, wir haben Hühnereier in einem Brutschrank mit Mikrowellen, der Stärke unterhalb der deutschen Grenzwerte bestrahlt und damit ausnahmslos jedes Embryo getötet. Kein einziges Küken ist geschlüpft, keines hat die Strahlung überlebt. Aus der Kontrollgruppe, also die nicht bestrahlt worden sind, schlüpfen ausnahmslos gesunde Tiere. Das ist hier ein interessanter Film. Das ist eine Studie, die noch nicht veröffentlicht wurde von der Universität in Löwen in Belgien. Die haben festgestellt, wenn man die Ratten zwei Stunden pro Tag bestrahlt, und zwar mit Mobilfunk, mit dem normalen GSM-Netz, dann ist die Lebensdauer um über 50 Prozent reduziert. Auch da hätte ich noch einen Film, wollen Sie das sehen? Der ist auch runterladbar. Hier in deutsche Übersetzung, das war in einer französischen Radiosendung oder Fernsehsendung. In Deutschland haben wir auch nichts davon gehört. In Schweiz weiß ich nicht, ob das gekommen ist. Und zwar bei NextUp-Organisation. Die haben auch diesen Bio-Initiative-Report, was unterstützt wird von der EU-Umweltagentur. NextUp. Eine neue Studie über die Wirkung des Mobilfunks erhärtet den Verdacht. Dieses Mal wurde sie in Belgien mit Ratten realisiert von den Forschern der Universität von Leuven, die nachweisen, dass die Sterberate verdoppelt wird, sobald die Tiere über die Strahlung der Mobilfunks ausgesetzt sind. Die Ergebnisse müssen noch bestätigt werden, die Studie hat erst begonnen. Erklärung von Florence Mavic. Die Ratten sind in diesem weltlichen Herdor unfreiwillig süchtig nach Mobilfunk geworden. 124 dieser Tiere wurden während 21 Monaten den Strahlen von Mobilfunktelefonen ausgesetzt. Und das zwei Stunden lang jeden Tag. Das Ergebnis dieses wissenschaftlichen Versuchs hat eine Erhöhung ihrer weißen Blutkörper an den Tag gelegt. Also eine Veränderung des beteiligten Blutstroms. Kennzeichen eines äußeren Angriffs. Es wurde ebenso festgestellt, dass ihre Gedächtnisse geschwächt wurden und schließlich, dass die Sterberate doppelt so hoch ist wie bei den Ratten, die nicht der Mikrowellenstrahlung ausgesetzt worden sind. Die Ratten sind vielleicht an Krankheiten gestorben, aber die Forscher folgen einer anderen Spur. Die die große Neuerung dieser wissenschaftlichen Studie ist, die vorzeitige Alterung des Organismus der Nagetiere. Würde man diesen Versuch auf den Menschen umsetzen? Jetzt ist es so, dass eben diese von dem Bundestag Drucksache, also von dem Bundestag 2003 erwähnte Studie an diesen Rindern, das ist hier in Schneizie zum Beispiel, da wurde festgestellt, nachdem hier der schon lange stehende Fernsehsender noch bestückt wurde mit Mobilfunk, dass dann seine Rinder, da habe ich auch mehrere Filme dazu, die zeige ich jetzt allerdings nicht, dass die Rinder eine höhe Todgeburtenrate hatte, Missbildungsrate, hier Sie sehen hier krumme Füße oder hier Hinterbeine, die praktisch noch auf dem Rücken draufgeschnallt sind, oder viele Totgeburten, zum Teil ohne Augen, Euterentzündungen, wo die Tiere geschlachtet werden mussten, Frühgeburten, Fehlgeburten, hier auch nochmal, die Tiere haben sich anders verhalten. Interessanterweise ist es auch so, dass es keinen Versicherungskonzern gibt weltweit, die Mobilfunkbetreiber versichern das Risiko, und zwar durch Gesundheitsrisiko. Und auch da hätte ich noch einen Film, den würde ich Ihnen tatsächlich nicht vorenthalten, das wäre der Allianz-Film, wo ist der? Irgendwo muss das stehen, über Allianz, da. Das spule ich allerdings nicht vor. In den Städten gehen derzeit die ersten UMTS-Handys ans Netz. Die Industrie erwartet Millionengewinne. Handyfieber und neue beunruhigende Nachrichten. Die Versicherungen fürchten Mobilfunkrisiken, Stichwort Elektrosmog. Die Münchner Allianz ist nur einer der großen Konzerne, der seine Versicherungsverträge geändert hat. Danach würden Gesundheitsschäden, die durch Handy telefonieren entstanden sind, nicht mehr von Versicherungen abgedeckt. Experten sprechen bereits von Szenarien wie bei Asbest. Der Baustoff war jahrzehntelang benutzt worden. Dann fand die Wissenschaft heraus, hohes Krebsrisiko. Steht beim Mobilfunk Ähnliches bevor? Es ist potenziell denkbar, dass elektromagnetische Wellen eine Gefahr darstellen. Und jeder, der quasi nicht nur in lobbyistischen Kategorien denkt und nicht nur Scheuklappen hat, der wird das auch einräumen. Insofern überrascht uns das Verhalten der Versicherer eigentlich gar nicht. Risiko Elektrosmog. Nicht abschätzbar? Fest steht, mit den neuen UMTS-Handys wird der Antennenwald auch in Baden-Württemberg in den nächsten Jahren deutlich wachsen. Von jetzt 6.000 auf dann über 12.000 Antennen. Alcatel, großes Mobilfunkunternehmen in Deutschland, mit Sitz in Stuttgart. Kein Kommentar heißt es hier knapp zum Thema Versicherungsrisiko von Handys und Mobilfunknetzen. Eisernes Schweigen auch bei der Kölner Gerling-Versicherung. Nur so viel, wir verfolgen die neuesten wissenschaftlichen Forschungsergebnisse sehr genau. Neueste Forschungsergebnisse? Laboruntersuchungen für die sogenannte Reflexstudie. Im Sommer soll der Abschlussbericht veröffentlicht werden. 60 renommierte europäische Wissenschaftler forschen, welche Auswirkungen haben elektromagnetische Felder, wie sie Handys aussenden, auf den Menschen. Das brisante Ergebnis? Wir wissen im Augenblick lediglich, dass Gene geschädigt werden. Dies haben wir nachgewiesen, dadurch, dass wir in Vitro, also im Reagenzglas, in einer Reihe von Zellen Strangbrüche festgestellt haben. DNA-Strangbrüche. DNA ist das Grundmaterial des Genoms. DNA-Strangbrüche unter dem Mikroskop und medizinisches Grundwissen. Bei der Krebsentstehung steht die Genschädigung, die DNA-Schädigung ganz im Vordergrund. Das ist der erste Schritt und auf diesem Schritt bauen sich dann viele, viele andere auf, auf die elektromagnetische Felder ebenfalls mit einwirken können.